BANT MAN Ich kann confused ... ich kann mit der Pickaxe schneller »sstun dessen Bros« BANT MAN NANANANANANANANANNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Dann geht's schon fertig BANT MAN Das sieht jetzt nur bescheuert aus. Wieso hast du da zwei neue Trug gemacht, Siva? Wo? Eine ist für Wolle. Farbige Wolle, dass wir alle drin haben einmal. Die andere ist einfach Müll. Aber natürlich. Rieh weiter. Pascal, hast du die ganzen Treppen noch? Hm, ja, warte kurz. Reicht es. Gleich, ähm. Ja, ja, kann schon, kann schon. Ich wollte gerade was machen. Du wolltest was machen? Oh mein Gott. Hammer! Auf jeden Fall ist man da immer in der Gesellschaft da unten. Auch wenn du die Gesellschaft nicht haben willst, aber... Da kann man nix machen. Ja, da kann man... Das ist wieder auch das Problem. Bescheuert. Ah, ich hab gar keine Schau auf. Da unten levelt man, glaube ich, schnell auf. Ich bin level 22. Nein, das schaut jetzt halbwegs okay aus. Da wird er angerufen. Ich merk's. Sollte aber so leise sein, dass du es keine Copyright verstehst, ja. Ja. Was ist das für ein Musik gewesen? Green Day. Oh. Ist nicht passiert. Ich glaub nicht, dass das erkennt, erkennt wird. Erkennt. Ich hoffe jetzt nicht. Toll. Ja, meine... Batterie, meine Maus ist leer. Ich glaub, du spielst mit Kabel immer. Jetzt grad nicht. Habt ihr gespielt, immer mit Kabel? Ich glaub, es ist jetzt der Bug. Ah, nein, die Idee. Es dauert noch nicht. Es gibt irgendwie keine gescheiten, kappellosen Mause. Oh, doch. Es gibt genug. Nicht wirklich. Ich hab geschaut, es gibt keine. Ich hab auch geschaut, es gibt ja wohl gescheite Mause. Zum Beispiel? Red 9. Was ist das? Resoroboros. Resoroboros. Zum Beispiel. Ja. Die Resor ist scheiße. Ist sie überhaupt nicht. Die muss kalt sein, zumindest die. Die ist super. Na, leider nicht. Durch die ganzen Bewertungen und nichts. Schau mal an was. Die Bewertungen sind ein scheiß, die können alle nicht umgehen mit der Maus. Na, das stimmt schon. Habe ich das probieren, ob ich das Glas da zerstören kann? Das kannst zerstören. Ja, dann musst du das Duo wieder hinsetzen. Also, ich hab keinen. Und außerdem kannst du es mit dem nicht schneller bauen. Ja, das war die Frage. Na, es geht. Was Spezielles. Achso. Ich weiß nicht. Wenn du eine Maus kaufst, die du einstellen kannst, und du bist so unfähig, dafür bist du selber schuld. Na, das ist andere Probleme mit dem, äh, mit Dings und so weiter. Mit was? Wenn man damit nicht umgehen kann. Ja, aber Kim, bei Amazon, äh, sagt das schon viel, wenn's nur 3 Sterne hat, hat's bei 100 Bewertungen, also. Bei Amazon sagt's auch viel, wenn 90% der Kommentare darin besteht, ich kann die Maus nicht mal ausschalten, sie blendet mich in der Nacht. Also, das eine davon, ja gut, dann häng ein Handtuch drüber, wenn's sich stört, zweitens ausschalten, gibt's ja immer noch zwei Schalter drauf. Die steht aber sogar in Tests drin, auf der offiziellen Dings, dass die auch andere Probleme hat. Ein Blödsinn. Doch, die hat's. Ich kann's auch drin. Ein Blödsinn. Du, was gerade hast du auch gesagt, dass du auch Probleme mit würdest, darum musst du es da nicht lassen, ansonsten lassen. Ja, wenn ich's umsteck, dauert es halt, und deswegen hab ich's gleich im Kabelbetrieb. Und die Batterie, ich habe in einen anderen Akku drin, ja, sie geht schnell aus, weil's auf 1000 Hertz sendet. 1000 Millisekunde? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Pascal, was ist jetzt mit den Stuhl gestiegen? Ah ja genau, da war ja was Du brauchst es dann schon langsam Und wie lange brauchst du, um das Glas abzubauen? Weiß ich nicht Ein paar Schläge auf jeden Fall Ja, ich brauch einen Schlag Echt? Cool Ich könnte... Dani ist eine komplette... Kannst du vielleicht du die Maus oder was, Dani? Nein, wie gesagt, ich kauf mir die Red 9 Ah ok Warte, ich mach dann auch normale Half Slabs Ah, ich hab keine... Ich komm gleich Warte, na... Bringen da nur die Viertel Slabs auch was? Da... Hinter dir Ja du... ich kann auch nur... Warte mal... Gib mal... Ich probier's Ich hab dann aber noch ein... Halbes... Mehr als ein halbes Deck Ja komm dasselbe raus Da auch oder nicht da? Nein, nein, dort nicht Nein, nein, dort nicht Uh... Jetzt... Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich das nicht weg will Ich sag's ja, wenn du irgendwas weg haust, was sich grad hingestellt hat, dann... Ah, ich brauchte übrigens die Steine jetzt... Wieder Äh... Einen Stack kann ich dir mal anbieten Wenn du noch welche machen könntest... Ja, ich... Ja, du... Sollte keine... Mega Impact Mode... Hm... Das klingt auf einem... Streitkolben etwas... Heftig... Äh... Das wollt ich noch wissen... Aber das... Du hast das beim System... Also beim... Starten des Kommittos Hast du die Maus immer... Eingesteckt... Mit... Also... Wenn du beim Funk bist, dauert's dann länger? Nein... Ist's auch gleich da? Ja... Okay... Naja, du musst ja halt einschalten davor... Ich weiß nicht, wenn bei einigen Leuten das Ausschalten das Problem ist... Vielleicht ist das... Das Einschalten genau das Problem... Glaube ich nicht... Ich glaube, ich hätte das liegt gerade, dass es nicht überall funktioniert... Ich glaube, dass die Leute... Aber... Ich finde schon tierf, dass... Nein, glaube ich nicht... ... dass auch in Testberichten geschrieben wird, dass die Maus nicht abschaltbar ist... Und das ist traurig... Daran schon doch... Aber... Man muss dazu sagen, dass... Ich weiß nicht, wann du die Maus gekauft hast... Aber wie's rausgekommen ist... Hat's anscheinend ordentlich Probleme gegeben bei... Bei... Ich hab's vor offiziellen Österreich-Release gehabt... Ja, keine Ahnung... Aber es steht halt da... Dass dann unter den Beschreibungen mit den lauter Edit-Update-Updates... Papier ist geduldig, Sieber... Papier ist geduldig, Sieber... Und eine Zeile auf einem Word-Dokument noch viel geduldiger... Papier ist geduldig, oder so? Verstehe nicht... Wenn du den Spruch jetzt nicht kennst... Oh mein Gott, unterbelichtet... Es ist ein Spruch, Papier ist geduldig... Ja und? So... Ja... Es war passend in dem Fall... Sorry... Pascal hat's verstanden... Ja... Hoffentlich... Hoffentlich... Ja, ich war mir jetzt auch nicht so ganz sicher... Was hab ich da baut... So... Lass dich fallen... So... Kürzer Cut... War da... Internetprobleme? Äh... Ja... Futschen... Oder so... Der Hund hat an der Kabel gerissen... Na, das war's nicht... Welcher Hund? Der nicht existierende Hund, sagen wir so... Der Bruder, der schon längst rausgezogen ist... Keine privaten Geheimnisse befoten... Kleiner Bruder vom Laudernot... Hä? Der war's immer... Gibt nur zwei Möglichkeiten... Bist du der Laurens schuld... Oder der kleine Bruder vom Laudernot... Mehr gibt es nicht... Und mehr wird es nie geben... Alles andere wäre... Unlogisch... Hm... Du auch nicht bist zu leiser... Für die Aufnahme wäre wahrscheinlich ziemlich schlecht... Das muss ich... Das ist nicht grad besser worden grad... Er hat sich auch nicht geändert... Achso... Hätte ich mal so gesagt... Nein... Ich habe meine persönliche Einstellung nicht geändert während dieses Gesprächs... Hm... Entschuldigung... Ich rede halt lauter das nächste Mal... Perfekt... WTF... Was soll das WTF? Hörst... So zu... Ja... Bittu... Ja... 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 So wie soll das die... Ja... So... So, so... Hier ist es... So, Mesurator... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Okay, teilweise packt sogar die Zange. Wieso? Ich habe mir jetzt die Messerweiter abgebaut, die wir hatten in der Fabrik. Um sie zu erweitern und neu draus zu machen. Und habe Machine Blocks draus gekriegt. teilweise einmal was blöd war schon wieder was schon wieder nur machine block ich hab keinen platz annie was soll ich irgendwie mit den rättern anfangen ich habe keinen platz durch aus ich habe gerade meine overclocking und voltage upgrades fast wegkommt wegen dem nein ich habe sie verhindern was nur random weise ist das was zufällig hin und her tut ja na warte das war es nicht das mit dem pfeil oben was die draht timer ok ja schauen wir mal wie man das baut das habe ich erst eingebaut echt aber den hast du immer den habe ich selber brauche oder hat das auch also kann man kann ich habe sogar zwei passen ich mir jetzt kurz arbeiten aber jetzt passt schon das freut mich aber dass ich da jetzt kein brauche namens das gebäude was so hässlich ist wo man das was die bühle hätte werden sollen das ist einfach komische turm die ganze ja 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 ja